Das Spiel letztendlich hat keinen direkten Einfluss aufs Meisterrennen. Das liegt ja maßgeblich an der Mannschaft, die vor uns steht mit sieben Punkten. Es geht nach wie vor, wie zu Beginn der Saison auch gesagt, um die Qualifikation für die Champions League. Und wenn man das sieht, ist es ein sehr wichtiges Spiel. Natürlich, wir haben drei Punkte Vorsprung, können den Vorsprung ausbauen oder können Leverkusen auch passieren lassen, wenn wir nicht gewinnen. Demnach ist es natürlich ein wichtiges Spiel und ein bedeutendes Spiel. Es ist die Saison nicht beendet, wenn wir es gewinnen sollten in Sachen Zielsetzung. Es ist auch nicht beendet die Saison, wenn wir es nicht gewinnen sollten. Ich glaube, das gilt für beide Teams. Es ist ein relativ klassischer Verlauf von diesen beiden Mannschaften. Sie sind beide sehr gut in die Saison gestartet. Leverkusen waren mal 12, 13 Spiele ungeschlagen, haben ähnlich wie wir in den letzten sechs Spielen nicht mehr so viel gepunktet. Das war bei uns ähnlich, wir haben noch ein bisschen mehr gepunktet, aber auch nicht so verlässlich wie die Wochen zuvor. Es sind beide etwas in den Straucheln geraten, jetzt nicht dramatisch, aber einfach nicht mehr die verlässliche Punktzahl. Deswegen ist dann irgendwann Bayern einfach auch vorne weggezogen und hat diesen Punkt Vorsprung, den sie haben. Und dahinter ist es sehr, sehr eng und es geht natürlich in Bezug auf Leverkusen für uns um viel, um, wie ich gesagt habe, die Distanz zu vergrößern. Geht aber natürlich auch in Bezug auf die anderen Teams, die um die Plätze, aktuell 2, 3, 4 rumschwirren, auch da die Distanz gleich zu halten oder größer werden zu lassen, je nach Ergebnissen, dann auf den anderen Plätzen. Also schon ein wichtiges Spiel, aber nicht das alles Entscheidende. Ja, da gibt es den Stand. Ich hatte gestern mit ihm ein langes Gespräch und habe ihm gesagt, dass ich, wenn wir nicht aktiv werden auf dem Transfermarkt, das aus meiner Sicht gar keinen Sinn macht, als mal rein aus Klubsicht keinen Sinn macht, den jetzt abzugeben. Natürlich kann ich gewisse Meinungen von Spielerseite verstehen, dass er zu wenig Spielzeit hat. Ich habe aber auch klargemacht, dass man einfach auch die Trainingszeit sehen muss, die er bis jetzt hatte. Der hatte einfach gar keine Chance, sich zu zeigen oder gar keine Chance, sich zu entwickeln. Er ist sehr schleppend reingekommen, dann war er verletzt. Dann hat er ewig lang mit der Corona-Erkrankung und den daraus resultierenden Folgen zu kämpfen. Er war total lange weg, hat kaum trainiert. Wir hatten eh wenig Training und die wenigen Trainingseinheiten hat er die meisten noch verpasst. Also auf welcher Basis soll ich da eine Bewertung abgeben oder sagen, der findet jetzt noch hier zurecht oder nicht. Das ist einfach nur, ich spiele jetzt nicht jedes Spiel und dann fliehe ich. Und das hat er auch gesagt, das will er eigentlich nicht. Und das fand ich auch gut. Und demnach, wenn wir jetzt nicht noch zwei Stürmer holen, wovon ich nicht ausgehe, macht es gar keinen Sinn, aus seiner Sicht sowieso nicht und aus unserer Sicht auch nicht, ihn abzugeben. Ja, wir haben gesucht, aber die ist eigentlich eingestellt. Es gibt keinen Spieler in dem Profil auf dem europäischen Markt, der reinpasst. Also die Spieler, die von Interesse sind, die gibt der Verein nicht ab. Es gibt ein ganz, ganz spezifisches Muster. Du brauchst ein ganz spezifischer Spieler, den du da brauchst, der einfach nur Tore schießt, in Anführungszeichen. Meistens aber so, wenn ein Spieler bei einem Verein Tore schießt oder es schon bewiesen hat, dann lässt den Verein im Normalfall nicht gehen. Sprich, du brauchst eine, da musst du wahrscheinlich ein gewisses Alter haben und da sind junge Spieler vor ihm, die dann spielen. Das gibt es ganz, ganz selten. Dann ist es oft so, dass diese Spieler einen auslaufenden Vertrag haben. Sprich, du kannst ihn gar nicht mehr leihen. Unser Budget ist dann einfach extrem limitiert, was das angeht. Und diesen Spieler gibt es de facto nicht. Demnach ist die Suche eigentlich eingestellt. Also da wird auch nichts mehr passieren, außer irgendeiner hat noch eine Wunderidee oder kramt noch einen raus. Oder irgendein Spieler ruft uns an und sagt, du, ich will das irgendwie machen und boxe mich da raus bei meinem Verein. Aber das ist sehr, sehr unrealistisch.